Herzlich Willkommen du Herr der Ringe Fan da draußen. Ja schön, dass du zu einer neuen Runde Herr der Ringe eingeschalten hast. Ja Schlacht und Mittelehrte 2. Wir zocken heute im düsteren Wald mit dem zufälligen Modus. Wir sind Zwerge, Morde und Menschen. Hey, wir werden bestimmt wieder gegen Zwerge kämpfen. Aber wir sind diesmal auch wieder Zwerge. Ja. Ich hab mich mal ein bisschen ins Eck hier hinten verkrochen. Ich weiß nicht, ich kann am besten mit Bogenschützen kämpfen. Ich krieg's irgendwie nicht so hin. Könnte aber auch mal Katapulte dann ausprobieren. Wird vielleicht auch klappen. Wir gehen erstmal auf Reparieren. Dann können wir unseren Verbündeten ein bisschen helfen. Gut. Wir haben ja einmal die Menschen und einmal Mordor, ne. Wir haben einen Schießstand hier gebaut. Nur festes Material. Ja komm, komm. Ich weiß ja nicht, wie die KI eingestellt ist, ne. Ob die KI so... Ja, wie die so drauf sind, ne. Ob die auf den Schwächsten gehen, ob die auf den Stärksten gehen, das weiß ich echt nicht. Ein bisschen lame, come on. Ja. Wir haben alle Hände voll zu tun. Bringt das Werkzeug. So. Da holen wir uns mal ein paar Axtwerfer. Wo werde ich gebraucht? Zu den Äxten, Zwerge! Äxte! Hm, Stufe 2 machen wir jetzt gleich. Erstmal holen wir noch so eine Miene. Wo? 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 Wo ist der Baustplatz? Der wäre fertig. Wir machen es. Seid vorsichtig. Feindes Zwerg. Sie greifen unsere Rohstoffe an. Äxte! Höchst! Äxte! 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 Es sind genug für alle da! So. Wir haben als nächstes. Uuuuuh! Uuuhuuhu! Großartiges Mauerwerk. Nee, äh. Wo werde ich gebraucht? Waffenzwerge! Waffen! Meine Achte gehört dir! Bleibt zusammen, Achtesträuberer! Minen sind in Gefahr! So. Sehr nice So, dann haben wir nämlich mal ein bisschen Platz Weil Auenland, das war echt richtig eng Alles war zwar irgendwie schon cool Ich glaube schon hart eng alles Richtig schönen Offensivmodus gehen, man Sehr gut Ich will einfach nur den Turm nicht umzutauern Ich will einfach nur sehen, wann Gegner kommen Das ist wirklich so das einzige, warum ich das Mitnehmen es uns Wir laufen einmal dran vorbei Ich will noch eine Halle setzen, dass wir wenigstens ein paar Tanks bauen können Den Büschen was reißen Und den Turm will ich einfach nur, damit ich So mittig kommen die gar nicht durch, kann das sein So, perfekt Ich will eigentlich nur, wie gesagt, ein bisschen Bisschen Kram haben, dass ich sehe, von wo die kommen Wo die lang gehen Mehr haben diese Türme gar nicht zu sagen So, bisher kriegen wir es gut gehalten Wir können uns auch unseren Helden holen Dann hätten wir schon einen Helden, den wir schön leveln können Das werden die Elben einmal Wir hatten Sehr gut, jetzt haben wir mal wenigstens ein paar Türme Wo wir schauen können Den hauen wir noch da hin Komm Komm Die sind aber auch nicht aufzuhalten Sehr nice So, einfach weil wir es können Einfach nur, um ein bisschen sicherer zu sein Ich fürchte kein Monster So, wir defen mal unsere Seite Wenn wir merken, dass die Von da oben nicht kommen Dann greifen wir an Obwohl, es ist glaube ich besser, wenn wir defen Das ist eine Mal, wo wir angegriffen haben Ja, war so lala, ne War nicht so geil Feines Zwergenhandwerk Gut Das ist gleich Stufe 1 oder 2 Alter, ohne Witz Ich bin euer Hauptmann Gut, die haben Orks Ja, solange die sich gut vermehren Ist mir das eigentlich recht wurscht Ich meine jedes Mal, wenn die auch verlieren Verlieren die auch erstmal ein paar Punkte Wenn die eine Einheit verlieren Was ja uns zugute kommt Wir haben jetzt erstmal Ruhe Unsere Freunde gehen gerade bisschen steil Beziehungsweise, was heißt Die gehen steil Die greifen aber Ja, ziemlich Gehen offensiv, sagen wir es mal so Von den Menschen Sehr geil So Bin halt wirklich am überlegen Was wir machen Ja Ja, wir hauen direkt mal auf Machen Kettenhemden, oder Wir greifen nur wieder unseren Turm an Komm So Dann können wir mal das Heilen machen Ja, sag ich doch Die greifen Die gehen nur sinnlos auf uns drauf Und wir greifen Wir schaffen sich hinterher anzugreifen Es war nur gegen uns wieder Wir dürfen nicht scheitern Auch jemand ein Verhütter Wir haben die Schmiede Aber sie sind müde So Schwarz, dann setz das mal hier hin Sehr nice Mach mal das Erhöht den Schaden an Gebäuden Durch Nahkampf Ja, das ist Glaube ich gar nicht so verkehrt Wo kam der jetzt So Wer will unsere Gebäude So Perfekt Die nerven halt echt hart Los Warum brauchten wir 10 Stunden Warum brauchten wir 10 Stunden Um da irgendwas mal zu rocken Ah, ich warte noch mit den Katapulten Ich glaube Ja, wir machen erstmal so Dass wir mehr Schaden austeilen können Sehr gut 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 Dann können wir auch mal ein bisschen In den Nahkampf gehen Sehr nice Das ist der Ring Los, holt ihn euch Ja, wir haben keine Reiter, ne Ich kenne diesen Gestalt Das ist der Feind Sie haben den Ring Ich bin euer Hauptmann Kommt mit mir Auf sie Stirb, elende Kreatur Nice So, sehr schön Wird's auch Und wir werden richtig hart auf den Sack hauen, ne Wir marschieren jetzt gleich mal ein bisschen vor Das sind die Elben, okay Wir müssen aufbrechen Wir haben ihn den Ring überlassen So Ich verteidige mein Volk Da marschieren wir jetzt mal ein bisschen nach vorne Und behalten hier mal Ich fürchte kein Monster Kommt mit mir, Riga, vorrücken Zwei Bataillone Sehr nice So Gehen wir mal hier hoch Sehr gut, sehr gut, sehr gut Ich fürchte kein Monster Riga, vorrücken Sie wollen unsere Geweide Schützt den Minenschaft Reist diesen Schatten weg nieder Seht sie euch an Lasst sie nicht durch Sammelt euch Ihr dürft nicht scheitern Wir werden angegriffen So Los Sehr nice Und wir machen die jetzt zunichte man Da sind keine Namen Steigt sie nieder Karl muss standhalten Rauch jemand Herst sie zurück Sie greift vorne Sammelt euch Jetzt wird gekämpft Wir reißen alles nieder Was ist bereit, Zwerge Reißt alles nieder So Zack Auf die drauf Los Jawohl Jawohl Los Direkt mal hier drauf So 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 Zurück 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 Da haben wir wenigstens schon mal ein bisschen was gerockt Waffenzwerge Waffen Zwerge So Sehr nice Schon mal wenigstens ein bisschen was Beteilige mein Volk Gerockt Rüsten wir uns für den Krieg Sie haben die Armee der Toten gerufen Alle Männer die Bögen Die Phalanx ist unsere Stärke Wie greift man Sehr nice Bringen wir den noch hoch So Was können wir hier währenddessen uns holen Wir können mal ein paar Hobbits machen Turm Sehr nice Sehr gut Sehr gut Sehr gut Das ist echte Zwergenqualität Ich verteidige mein Volk Sie wollen unsere Gewerde Bis zum Tod Beste Los Mann 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 Direkt auf den drauf Steht gar nicht so verkehrt Das Katapult Das Gute ist Das hat die Elben ganz schön zurückgeschlagen Das hat die mega zurückgeworfen Wieder die Elben ein bisschen So Dann können wir hier mal machen Oh mit Olifanten Wir müssen die Schlacht zu ihnen tragen Was Ordnung In keine Waren Seinster Tag Bindig Gebt auf Schlaf Rinder Um Sie wanken Beginnt mit dem Besuch Sammelt euch Und jetzt hier auf die drauf Tut 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 Wir haben die Halle der Krieger erweitert Ein Blut der unserer Arm So Wir müssen unsere Gruppen verteidigen Sehr nice Dann bauen wir uns den hier wieder auf Mach den Weg frei Karl muss standhalten Wir kommen aus den Eisenbergen Direkt mal Direkt dann mal ein bisschen Ich bin jetzt mal auf die gespannt Sehr gut Wir marschieren wieder ein Stückchen Wir können gerade nicht viel machen Dann können wir das nochmal upgraden Wir müssen die Schlacht zu ihnen tragen Schlagen wir ein paar Schädel an Folgt mir Entwegt eure mögen Knochen Seid Standhaft Bin halt echt gespannt Was das da für ein Trupp ist Kommt mit mir Raumt Was ist die da für welches Sinn Mein echt nicht schlecht Alles drauf man Direkt mal hier hin So und direkt mal auf die drauf Direkt auf die alle drauf Zurück So Direkt mal hier lang Scheißen Dreck So Fuck you Fuck you Fuck you Äh Fuck you Fuck you Fuck you steigt mal hier so genau sehr nice sehr nice So, perfekt. Zurück. So, damit haben wir wieder die Elben ganz schön geschwächt, ne? So. Alle Mann an die Bögen. Großart, das Mauerland. An die Waffen! Bogenschützen aus Tal. Aus dem Weg. Zu den Ächsten, Zwerge. Die Zwerge ist unsere Stärke. Weiter, weiter. An eure Waffen. Fallt nicht zurück. Macht eure Speere bereit. So. Nice, nice, nice. Direkt drauf. Jetzt wird gekauft werden. Es ist gut. Stimmt, jelände Gnertur. Oh. Er schiebt sie. Auf ins Getümmel. Ein Blut der unserer Ahnen. Waffen zu werden. Waffen zu werden, auf Waffen. Sie greifen unsere Rohstoffe an. Tal muss standhalten. Vorwärts. Oh. Oh. In euer Leben. Stand ihm rein. An eure Waffen. Lüstet euch. Perfekt. Wo ist der Bauplatz? So. Ich würde gerne hier mit reingehen, weil... ...da sind wir ein bisschen safe. Wir müssen die Schlacht zu ihnen tragen. Dann sind wir nämlich ein bisschen safe. Ah, das läuft jetzt echt schon gut. Wo denn? Was denn? Ah, das ist gut. Ach, hier. Gut. Perfekt. Perfekt, perfekt. Können sie ja ruhig machen. So, zwei Stück. Die können wieder hier hin. Ist doch schon wieder so eine Ratte, oder? Ah, ne. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Einfach nur, dass wir sehen, wann hier welche kommen. Eben. Wir müssen die Schlacht zu ihnen tragen. Zwerge! Rüsten wir uns für den Krieg. Unsere Gebäude. Waffen, Zwerge! Waffen! Wir dürfen nicht scheitern. Aha! Fürchtet sie nicht. Los! Fürchtet sie nicht! Oh! Feines Zwergenhandler! Die haben wirklich immer nur ein Ziel, ne? Die wollen uns einfach komplett kaputt machen, ne? Wir müssen aufbrechen! Die haben immer wirklich nur ein einziges Ziel. Und vor allem, das Geile ist ja echt immer, die wissen genau, wo wir sind, ne? Das hat echt so, die wissen genau, wo wir sind. Katapulte der Eisenberge sind kampfbereit. Ist das Katapult nicht schön? Bringt es hierher! So. Warten auf Befehle! So, das Gebäude wäre fertig. Perfekt! Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier in der nächsten Folge. Bis dann macht's gut! Wir sehen uns, wenn ihr die Sonne vor dem Eindruck ist. Von Kanzler. Und ja, der Mann war eine ä nelane, der Schub mere Are you in der Kam species- überhaupt haben? Da ist nicht so Capit!!!